Hallo und herzlich willkommen zum 24 Chances Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und Weltoffenheit. Heute ist der 2. August 2017 und damit mein 24. Geburtstag. Yay, Happy Birthday to me! Und quasi zu diesem Anlass schenke ich mir die erste Folge des 24 Chances Podcast, denn dieser beginnt heute und ich bin sehr aufgeregt und sehr stolz, dass er heute anfängt. Aber bevor es so richtig losgeht, möchte ich mich erst einmal vorstellen und euch erzählen, was euch hier überhaupt erwartet. Mein Name ist Tasmin und einige von euch kennen mich vielleicht von meinen beiden Blogs Tasmeto oder Travel Potatoes. Auf Tasmeto schreibe ich Kolumnen und Buchrezensionen und auf Travel Potatoes berichte ich von meinen Reisen und ich lasse euch die Links zu beiden auch unten in den Shownotes da, wer die Blogs noch nicht kannte und wen das interessiert. Ansonsten schreibe ich und hoffe auch in naher Zukunft eine veröffentlichte Autorin zu sein und ich habe gerade, also wirklich sehr gerade meinen Bachelorabschluss in Ethnologie gemacht. Also ich habe wirklich zwei Wochen, bevor dieser Podcast online geht, meine Bachelorarbeit abgegeben. Also offiziell bin ich noch gar nicht fertig mit dem Studium, aber ich habe schon alles erledigt und ich bin jetzt fertig mit meinem Bachelorstudium in der Ethnologie und ich suche aktuell noch meinen Weg in die Zukunft. Ich weiß noch nicht so genau, wo es für mich hingehen soll und ich glaube, damit befinde ich mich in einer Phase, in der sich viele Menschen Mitte 20 befinden. Weil ein Lebensabschnitt endet und ein anderer beginnt und da fragt man sich dann, wo ist mein Weg? Was sind die nächsten Schritte? Wo gehöre ich hin? Und wo will ich überhaupt hin? Aus diesen Fragen heraus entstand der Podcast und auch sein Name. Aber um was geht es in diesem Podcast? Was erwartet euch hier? In allererster Linie geht es darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern. Mir persönlich ist das immer unglaublich wichtig, über den Tellerrand zu gucken, egal in welche Richtung. Weil neue Perspektiven zu betrachten oder zu verstehen, das bereichert das eigene Leben so, so, so sehr. Und es hilft auch dabei, den eigenen Weg zu finden. Und deswegen habe ich unter anderem die Kategorie Anderswo in diesem Podcast. Und in dieser werde ich euch zum Beispiel verschiedene Lebens- und Denkweisen unterschiedlicher Kulturen oder Gesellschaften vorstellen. Außerdem wird es noch einige andere Kategorien hier in diesem Podcast geben, unter anderem, um euch zu inspirieren und zu motivieren. Dafür gibt es dann so Kategorien wie Interviews oder Buchtipps. Aber ihr lernt die Kategorien alle nach und nach mit der Zeit kennen. Das erste Interview ist allerdings schon online und das könnt ihr euch natürlich sehr, sehr, sehr gerne anhören. Denn es geht um ein Thema, das wohl viele von uns bewegt und beschäftigt. Zumindest, wenn ihr in so einer Phase seid, wie ich es gerade bin. Also mich beschäftigt das Thema gerade sehr. Und zwar ist das Thema Loslassen und Neuanfangen. Hört gerne rein, es lohnt sich. Wenn ihr also Lust habt, mit mir eine Reise über den Tellerrand und auf der Suche nach dem eigenen Weg anzutreten, dann vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und wenn ihr dann mal reingehört habt, gerne auch zu bewerten. Und ich freue mich schon darauf, euch als Weggefährten dabei zu haben. Bis dahin, wir sehen uns unterwegs.